willkommen zur letzten folge in dieser mini session wieder so wir rücken vor gegen die eiselfen wir warten noch kurz bis der nachschub fertig ist hier den ziehen wir danach und reisen dann die flut weiter so dass dieses buch 1500 nahrung glaube ich das dauert ja noch ein bisschen 800 nahrung fehlt uns dazu noch momentan die rohne befiehlt was wünscht die rohne unverzüglich verstanden hier schnell sofort und los stein sag nicht wir müssen irgendwie noch ein anderes monument hier aktivieren kämpft männer vorsicht gegner zu mir schnell in die schlacht wir werden angegriffen tja ich hab das so verwinkelt ich weiß gar nicht wo ich jetzt erstes lang so die rohne mit der trolle mir nach für den orden folgt mir die rohne ruft zu befehlen da oben scheint die beste sein das ist ein hinterhalt die linien müssen halten wir sollten abholen zu euren dienst alles klar verstanden zur ehre das ist ein hinterhalt was wünscht die rohne hier hier sofort ich hoffe das ist kein fehler das ist ein hinterhalt zu befehlen zu befehlen zu befehlen stufe 18 kleines haupthaus aber für was bestimmt für die dunkelelfen ne zu den bauft was wo sind die gegner zu befehl verstanden stehe bereit zu euren dienst alles klar zu euren dienst zu befehl vorsicht gegner was haben wir denn hier oben alle einzelne einheiten türme toll danke maus wieder so ein starker verstand verstand halten Männer stehe bereit verstanden wird sofort ausgeführt zu befehlen die linien müssen halten vorwärts Krieger verstanden auf mein kommando und los das trollding wird ja im troll monument wird ja nicht ohne grund da sein wahrscheinlich sollen wir das auch eher einsetzen zum angriff schlagt sie zurück schlagt sie zurück für den orden rief die reihe verstärkt die deckung schnell so fort mir nach vorwärts 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 stellst du noch nach rief die besch Сов Bouragne vorwärts Ich hoffe, den kriegen wir daun. Oh, wir haben schon einen verloren. Auf mein Kommando. Die Linien müssen halten. Ja. Okay, haut ab. Sofort. Alter, da heilt ihr extrem schnell. Die minden das ernst. Was? Kann er nicht mehr aufhören? Tote den Feinden! Auf mein Kommando. Mir nach. Zumindest müssen wir jetzt, dass da... Folgt mir. Dass mal alles frei ist. Ich bin nicht mehr aufhören. 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 Ich brauch dafür keinen Steinbruch gleich bauen oder? Oh oh hier unten ist ja auch eine Fläche! Was ist denn denn scheinlos? Der Sack. Ich möchte wissen, was der versteckt hält hier. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Mal gucken, was hier versteckt ist. Lalalala. Steindruch. Ich komme. Stein. Stein. Okay, die kommen von hier. Wir werden angegriffen. Zu euren Diensten. Wird sofort ausgeführt. Die Linien müssen halten. Jetzt lauf weg. Wir werden angegriffen. Hinterkopf. Hinterkopf. Tote den Feinden. Krieg. Wo sind die Gegner? Verstärkt die Leckung. Tote den Feinden. Sofort. Sofort. Ja. Folgt mir. Sofort. Ja. Folgt mir. Sofort. Schlag sie zurück. Schlag sie zurück. Zu Befehl. Auf dem Weg. Oh, sonnig. Da unten ist noch so ein Ding, ey. Wir kriegen Föhn. Zu den Waffen. Jawohl. Schlag sie zurück. Ach, verflucht. Krieg. Krieg. Warum? Mensch sein muss. Auf meinen Befehl. Krieg. Zu euren Dietzen. Zu euren Dietzen. Einen Angriff. Zu euren Dietzen. Bereit. Krieg. Auf mein Zeichen. Schnell. Auf mein Zeichen. Und los. Auf mein Kommando. Mir nach. Eigentlich sollte ich die auch nochmal ein bisschen näher holen und dann da unten angreifen. Aber das machen wir erst ab der nächsten Session. Spitze. Bedanke nicht. Bis dann.